So, das erste Gespräch mit dem Verkäufer. Äh, ist er, ne? Der 7er, neue 7er, ist er, ne? Ne, nicht der Moped, der Auto hier. Ist er, ist er, ist er, ist er. Ist er, ist er. Sarido, steht doch hinten drauf. Ne, 7er. Ja, mal gucken hier so. So, das ist er jetzt von der anderen Seite. Sieht genauso aus. Da haben sie sich ja was einfallen lassen. Schöner Warnung, schöner Warnung. Äh, hör mal hier, äh, was hat er? Was, was er hat? Der Auto, was hat er? Hat er Klima? Klima, hat er Klima? Klima, hat er? Hat er, hat er, hat er, hat er, hat er. Klima, hat er, Klima. Hat er, ich stehe da rein hier. Stehe da rein, ne? Und hier, äh, was ist hier, von 0 auf 100? Von 0 auf 100. Hat er auch, hat er auch. Verbrauch, ne? Wurzelholt, Wurzelholt. Eiche von ihr, Wurzelholt, ne? Hat er, hat er, hat er, hat er. Und, was, gimme, was ist hier mit Ebeg, Ebeg? Ebeg? Hat er Ebeg, ne? Hat er, hat er, hat er. Wie viele? 6 ebbeg Boah, 6 ebbeg Meine Alte hat auch noch 2 ebbeg, sind 8 ebbeg Da kann ja nichts passieren an der Birke Jo, schöner Wein Wie viel Liter hier? 580 580 Liter Achso, der Kofferraum hier Da kannst du ganz ja Panda mit reinpacken Panda-Bären, ne? Oder die Alte, wenn sie wieder anfängt zu meckern Dann dich doch schnell Autofahren tu Sagt sie immer, dein Auto ist zu deinem Penis-Ersatz Sag ich immer, sicher ist er das Wer hätte nicht gern einen 2 Tonnen Einspritzpenis mit 6 Gängen Ne? Du, du hast bestimmt Schöner Wein Schöner Wein, ne? Und, äh Komm her hier Komm her, komm her Was kostet, was kostet das? Was kostet es? Was da kostet, was? 200.000 Mark? Leck mich fetto 250.000 Mark hier Komm her, setz dich mal rein da Ja? Setz mal rein, guck mal da Ne, sieht scheiße aus Ne, komm wieder raus Komm wieder raus Ne, aber guck mal hier alle Leder, du Leder Leder, du Leder Napperlude, du Ludenleder Und nicht das scheiß Vertreter-Velur, ne? Wenn du da reinpupsen tust, dann stinkt das Weihnachten noch, ne? 250.000 Mark, na gut, ich meine Wenn wir unseren alten Nissan-Mikra in Zahlung geben, ne? Dann gehört er uns in 30 Jahren, ne? Komm, wir gehen zum Geldautomaten Komm her, ja Dann gehört er uns in 30 Jahren, ne? Dann gehört er uns in 30 Jahren, ne? Dann gehört er uns in 30 Jahren, ne?